Leute, willkommen zu einem Video von mir bei zwei Sachen. Ich bin auch wieder mit Walvois. Ja, ich bin bei Benjamin Sarsana Base angekommen, endlich mal. Ich weiß auch nicht, warum ich eigentlich gerade in Sarsana Base bin, aber ja, Leute. Ich glaube, wir müssen echt mal etwas Sand farmen, denke ich. Denn ich denke wirklich, dass wir auch manchmal etwas Sand brauchen. Benjamin Sarsana braucht ja auch Sand, also trifft sich das gut. Können wir denen gleich etwas Sand mitbringen, wenn wir Sand finden. Und guck mal, sie will es schon, die in seinem Dorf sind. Dann beginnen wir mal. Und das Eisen habe ich auch leider schon. Traurig, einfach nur traurig, dass ich das Eisen verloren habe. Wie dumm kann ich sein. Wie dumm kann ich sein. Der hat nichts zu handeln, okay. Der hat auch nichts. What? What? Ach komm, es ist mir egal, was hier in diesem Dorf ist. Ich nehme mir alles mit, was hier ist. Außer dieses bisschen Dings. Ich glaube, ja, bald können wir auch mal Benemissat holen, denke ich, bald mal. Ich weiß gerade bloß nicht so genau, wann wir es mal schaffen, eine Eisenrüstung zu bauen. Das ist die große Frage des Tages. Jemand tritt bei. Ach, da ist Johnny schon wieder. Warte, ich weiß gerade mal. Johnny tritt wieder bei. Ja, Leute, jetzt holen wir uns auf jeden Fall erstmal hier. Ja. Wir haben immer mal nicht. Was? Noch jemand tritt bei? Nee, das ist jetzt nur ernst, oder? Noch jemand sei das Spiel betreten. Das ist nur eigentlich, wo ich das hier bloß mit Windows kann machen, das Projekt. Aber dann ist es halt auch egal, dann ist das Projekt halt für jeden. Das Projekt ist jetzt ja auch jetzt für jeden. Das Projekt ist auf jeden Fall jetzt für jeden, der Beitritt, denn ich denke, ich forme etwas Kohle ab und dann weiß ich gerade, warte. Oh, wir können uns ein paar Fackeln bauen, gut. Die haben wir nämlich gebraucht, denke ich. Wir spielen auf jeden Fall jetzt zu. Und es kann noch, können noch genau ein Spieler beitreten. Johnny hat das Spiel verlassen. Okay. Johnny hat das Spiel wieder verlassen. Bestiv 2, ich frage. Er fragt, wie bestiv ist. Die ist zwei Schreppen. Also ich weiß nicht. Selbst nicht, das ist keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Jetzt weiß ich wirklich nicht. Aber ich weiß. Und warum geht Johnny immer raus? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wieso Johnny immer raus geht, Mann. Also, da ist Sand. Da kann ich einen Benjamin gleich etwas mitbringen. Jetzt die zwei Worte von Steve teleportieren. Okay, Leute. Dann holen wir uns ein bisschen Sand. Und ich bringe noch was für Benjamin's Dorf. Ein bisschen Sand mit. Ein bisschen, ein bisschen. Also ja, Leute, ein bisschen. Gastgeber bin ich. Manchmal nicht so der Fan, aber wie es aussieht. Ja, ich gebe mal ein bisschen Sand ab hier. Ich baue mal ein bisschen. Warte hier. Ich baue mal ein bisschen für mich Sand ab. Und dann noch ein bisschen für Benjamin's Dorf. Und dann noch ein bisschen für Benjamin's Dorf. Schreib mal. Habe Sand für dich. Habe Sand für dich. Habe ich ja auch. Warte, ich teleportiere mich mal kurz zu ihm. Hier, ich habe Sand für dich, wie schon gesagt. Ich habe Sand für dich. Ich habe Sand für dich. Hier, bitteschön. Ich habe Sand für dich. Wir haben einfach immer noch unsere Lederrüstung an. Er ist nicht gerade sehr gesprächig, glaube ich. Und unser Untertoni tritt wieder bei. Johnny Lovendameni ist wieder bei gedreht, Mann. Johnny, hör immer auf zu verlassen und bei zu drehen. Alter, ich muss unbedingt mal wieder zurück zu meiner Bestes Inventor. Behalte ich überhaupt noch an. Komm, ja. Das ist es. Ich teleportiere mich einfach zu. Johnny. Ja, wie noch wohin zu. Johnny. Okay. Er ist bei meiner Base. Er will meine Base beklauen. Hier wird nichts in meiner Base geklaut. Hier wird nichts in meiner Base geklaut. Ich sage das nur einmal. Hier wird nichts in meiner Base geklaut. Hier wird nichts in meiner Base geklaut. Verstanden, Johnny? Danke. Nein, weg hier, weg hier. Da sind meine Sachen drin. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Raus hier, raus hier, raus hier. Denkt er, da kann meine Sachen klauen. Wir sind ja nicht bei Wünscht, ja was. Mann, Johnny, ey. Langsam geht es mir echt auf die Nerven, Johnny. Das reicht es mir aber wirklich, Mann. Wo bist du, Johnny? Wo bist du, Johnny? Das ist meine Base. Mann. Wir twirlen schon jetzt. Wir twirlen ihn jetzt. Komm, wir twirlen ihn jetzt. So richtig zur Strafe. Wir twirlen ihn jetzt. Wir twirlen ihn jetzt. Wir twirlen ihn jetzt. Das ist meine Miene. Das ist die Miene von mir. Das ist die Miene. Warte mal kurz. Der kann doch nicht immer machen, was er bestimmt. Irgendeine Base. Ja, das ist ja irgendetwas von meiner, weg, von meiner Base. Ja, Leute. Dann sag ich schon bis zum nächsten Mal.